Oh, genau. Tenebrae erklärt mir etwas. Ist Marta noch immer sicher? Ich habe nicht gewusst, dass sie die Stadt verlassen hat. Wir müssen den Plan machen, während es noch schmerz ist. Jetzt, zum Casino. Ja. Na dann. Genau das habe ich vermutet. So. Seine Feeder kann wenigstens noch heilen. Ist hier noch irgendwas, was man untersuchen kann? Irgendwie wie irgendwas, was hier nicht reingehört? Also so ein Wunderkoch oder so? Nö. Alles klar. Dann geht's raus. Die Musik klingt doch gleich viel anders. So motivierend, so vielversprechend. Ich muss diese Handcuffe tragen, um diese Teil des Planes zu tragen. Warum musst du diese Handcuffe tragen? Diese sind nicht ordentliche Handcuffe. Sie sind eigentlich ein Typ von Kontrollen. Huh? Ich kann diese benutzen, um zu kontrollieren, um die Kraft des Kassinos zu kontrollieren. Wow, das ist perfekt! Insofern, das Gerät ist ein Prototyp, und seine Kontrolle des Kassinos ist klein. Wir müssen in den Kassinos gehen, um es zu arbeiten. Also, wenn wir in den Kassinos und die Handcuffs... Wait, warum muss die Handcuffs aussehen? Ah, ich verstehe. Du solltest deinen Status benutzen. Das ist Optimismus pur! Das ist Optimismus pur! Das ist das, was mich überrascht. Hm? 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 Das ist Optimismus pur! Oh, bitte! Rosa Schleifchen! Wer nimmt denn bitte schon rosa Schleifchen? Selbst ich hab grünes Geschenkband, oder weiß der Geier was? Okay, wir geben uns jetzt nach wieder diversen Szenen... Oh, dieses Ätzende Vieh! Naja, ich weiß, ich speichere zu viel. So. War da nicht grad noch irgendwo? Da. Rettet Marta. Ach, die wird schon okay sein. Naja, ein Spiel zu Ende. Ha! Huh! Sie haben komplett kontrolliert die Stadt. Wenn Sie all die Blut, die gespült werden würden, unser Plan ist viel mehr wertvoller als ÖPN-Resistanz. Wow, Regal. Hm? It's just... I was struck by your keen insight. Haha, you'll be like this when you're older, too. You mean walking around in handcuffs like a convict? It's better than wearing a ribbon. Haha, that's for sure. Oh weh. Ab ins Casino. Vielleicht lieber eine Rose. Regal. Sorry about earlier. Hm? That thing I said about presents needing a ribbon. It was a stupid joke. I shouldn't have made fun of you like that. It's all right. I mean, I actually sort of think wearing a ribbon would suit you. You know, being an aristocrat and everything. Or maybe not a ribbon, but a rose? A rose. Like you could wear it in your hair or clench it in your teeth? I've sent roses to ladies before, but I can't say I've ever worn one. Besides, if I were to do something like that, Sheena would never let me live it down. Actually, it might look kinda good. What? Äh, okay. Ja? Äh, ja? Ich glaub, Sheena braucht langsam mal nen Freund. Och, Menno. Oh. What do you want? We brought a present for Lady Alice. A present? Yes. What's the present? I am. The renowned super powerful president of the Laser Reno Company, Duke Regal Bryant. You may have heard of him. Well, how about it? Yes, but why would you bring him here? We want to become members of the Vanguard. This is our offering to Lady Alice. Uh, alright. We will notify Lady Alice. Come with me. Haha, so einfach ist das. Also langsam müssten doch eigentlich alle, die bei Vanguard beschäftigt sind, sag ich jetzt mal, irgendwie Steckbriefe oder so von denen bekommen haben. Ja, ganz ehrlich. Ja, ganz ehrlich. Okay. Lalalalala. Süßes Kind. Das ist die ganze Zeit für ihre Arbeit. Genau. Hey, warte, Tenneby. Aren't you gonna say something like, I quite agree, Sweetie Pie? Sweetie Pie? I hardly think this is the time to be exchanging such pleasantries. You're missing the point. Making bad jokes and puns is your thing. Sweet. Easy as pie. Sweetie pie. Get it? Let's see. Sweet. Sweet. It's Sweetie Pie until the bitter end. Correct? Never mind. Lol. So, was haben wir denn hier? Da hockt ein 1... Ach, das ist eine Bühne. Ah, okay. Da sehen wir nur gerade nichts. Na gut, okay. Gehen wir in das Häuschen rein. Oh, die Let's-Player-Krankheit. Let's-Player-Krankheit. So, you're the ones who want to join the vanguard. Donnie go. Eh, so. Yes. Bringing Regal straight to me with such a transparent lie? You're more stupid than I thought. Haki, arrest them, will you? I'll go fetch Commander Brute. You lock them up in the prison. You're also in charge of the detonator while I'm gone. Please, leave everything to me. Emil! Fools! You can run in here. Marta, thank goodness you're all right. Why are you all here? We found a way to save you, along with the city. I'd given up hope on finding a way to do both. You're the one who taught me that you can't give up so easily. Emil! Thank you. Have you seen Hawk with anything that could be a bomb detonator? Now that you mention it, yes. I saw Alice hand something like that to Hawk. She said something about a switch that could destroy the city. Yeah, he did have some weird thing hanging from his neck. Alright, then we need to go after Hawk. Everyone ready? Let the mission begin. Wow. The power for the entire casino is out. The lock on this prison cell should be disengaged as well. Alright, let's go. Tja, so einfach geht's. Schön wie man unterschätzt wird immer. Ah, I have the angst in Duncan. Heh. You filthy beast! Give me back the detonator! Nooo! Der hat den Zünder geschluckt. Alright, we're done here. Let's go! W-wait! You won't get away that easily! If I let you all escape, Lady Alice will kill me! Gut, dann killen wir dich. Ist auch kein Problem. Your time is at an end. Der ist schnell. Der ist feiße. Der ist zu schnell. Wow. Der ist ein bisschen fies, merke ich gerade. Der Maulwurfsklown? Ih, der ist ja ekel. Der Maulwurfsklown? Oh, damn you! Shut up, Bray! Oh! Hier! Hey, hey! I want them still better not be dead? Hallo! Hallo! Alter! ... ... Martha, das bringt nichts! Ach, die ist so blöd manchmal. Ehrlich. Okay, der ist tot. Wunderbar. Ja, mach mal, ne? Der hat ein bisschen mehr HP. Ja, das klopft jetzt natürlich rein, ne? Das macht jetzt ordentlich Damage. Die ist schon wieder tot. Wuhu! Ja komm, einmal noch. Welches Element hat der? Es muss ja... Heilige! Der hat gerade gesessen, der tat weh. Ach, nur... Scheiße. Jetzt aber. Hä, Mater war doch tot, warum? Geht doch, egal. Level up! Und was trinken, so. So. What's all the commotion? Daddy! Marta, you're the descendant of the noble Silverant Dynasty, and yet you associate with these low-born peasants. Have you no shame? Daddy, are you still obsessing about that? The Silverant Dynasty has no bearing on who we are right now. I see you've yet to realize the significance of your heritage. What? What do you think you're doing? Consorting with filthy scum like yourselves has obviously clouded my daughter's mind. Taste the mighty power that has been granted to me. By Solem's car! Uncool. Uncool. Ganz uncool. Leck mich. Kann man bitte einer Schena heilen? Hier ist er sonst gleich wieder tot. Ich habe die Befürchtung, wir ziehen dem da gerade nichts ab. Wir ziehen dem gerade wirklich nichts ab. Wir ziehen dem echt nichts ab. Das ist wieder einer dieser Kämpfe, die man verlieren muss, oder? Oder wenigstens eine bestimmte Zeit durchhalten muss. Das ist wieder einer dieser Kämpfe, die man verlieren muss, oder? Oder wenigstens eine bestimmte Zeit durchhalten muss. Ja, du mich auch. Geh weg. Weg hier! Okay, jetzt macht er irgendwas, was gleich ganz böse wehtut. Oder auch nicht. Hey, wir haben durchgehalten. Wir haben durchgehalten. Wir haben durchgehalten. Wir haben nicht verloren. Wir haben nicht verloren. So geht's auch. Das dazu. Ah, dahinter war ich. Alles klar. Einfach mal raus, würde ich behaupten. Sicher? Okay. Es wäre sicherlich, dass wir uns gegen einen Gegner gegen einen Gegner benutzen müssen. Das ist die Macht von Solemn. Sheena! Regal, einfach aufhör. Wir werden zurück. Geh! Das geht nicht gut. Wen treffen wir wohl als nächstes? Ich meine, es fehlt bloß noch einer in der Gruppe. Die wird's dann wahrscheinlich auch sein. Ob wir noch speichern können? Äh, hol dich. Ach, nee. Ha, da ist sie! Da ist sie! Ich wusste, sie kommt noch! Ich wusste nur nicht mehr, wann. Ja, die Kleine ist auch putzig. Wir müssen jetzt sein. Wer bist du? Mein Name ist Prisea Combatier. Prisea war ein unserer Kumpanier auf der Rehabilitation des Weltregenen. Was machst du in Altamira? Was machst du in Altamira? Regal? Regal? Habe was mit ihm passiert? Er ist in der Vanguard all bei ihm selbst. Marta und Emil können dich auf die Details beitragen. Ich verstehe nicht, was passiert ist, aber ich will dich zu irgendwo safe nehmen. Du kannst mich in, wenn wir da kommen. Okay, Prisea ist da, die anderen haben die Gruppe verlassen. Wie sieht's aus? Sie ist natürlich nicht drinne. Okay. Einmal nach Osset, bitte, wenn ich's finde. Oder Altessas Haus. Dann halt dahin.